So, wir können weiter voranschreiten. Ich habe meine Gruppenzusammenstellung ein bisschen geändert. Schauen wir uns mal kurz das... kurz mal an, was ich hier ein bisschen verbessert habe. Und zwar habe ich jetzt der guten Dana die Lachesis Flare gekauft, beziehungsweise hergestellt, da wir ja ein pures Orikalkum gefunden haben. Die Eternal Gauntlets habe ich hier ausgerüstet, welche einen Defensivschub von 100, einen HP-Schub von 1000 und die kritische Rate um 15% erhöhen. Außerdem habe ich hier die Prominent Cloak ausgerüstet, welche ihr quasi den Status erhöht, basierend auf ihrer Reputation. Und da wir mit ihr ja volle Reputation, beziehungsweise volle Tugend erreicht haben, macht das natürlich Schaden. Ähm, der gute Hammel ist in meiner Party jetzt erstmal, weil den brauchen wir gleich. Ähm, und er, ja, hat eigentlich... Ich habe hier die Bandit Gauntlets ausgerüstet, damit wir mehr Items bekommen. Und den Nature Talisman, damit er keine Statusveränderungen und Stärke von Defensivschub 10 bekommen kann. Wir gucken jetzt mal auf ihre Statuswerte im Endeffekt. Sie sind super ausgeglichen. Äh, Adol, 732 zu 709, ist nicht schlecht. Dana mit 776 zu 721, die stärkste in meiner Party. Und Hammel mit 722 zu 595, nicht schlecht. Äh, wie gesagt, kommt ja auch immer auf die Ausrüstung an im Endeffekt, was wir ausgerüstet haben. Von dem her, ich bin zufrieden. Und es geht weiter. Wir haben immerhin noch zwei Wächter vor uns, die wir klatschen müssen. So, zack, einmal das hier mitnehmen und es geht weiter. Dammit. Warum fliegt die Scheiße immer mitten ins Nirvana, ey. Ich hab keine Ahnung, warum es so ist. Es ist halt so. Okay. Haut rein, Leute. Very good. Miniboss? Miniboss. Who's coming for me? Oh, damn you. Okay, ich muss kurz meine Party nicht austauschen. Fuck, Alter. Audi Bugs. Egal, wir kriegen dich auch so klar. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass mir so einer über den Weg läuft. Sollte aber kein Problem sein. Wir werden jetzt gleich mal schauen, was der gute Hammel denn für einen super special Skill hat. Obwohl, wir werden es nicht schauen, wenn der Typ ist schon ziemlich hinüber. Ja, er ist hinüber. Lash, Alter. Das war jetzt gar nicht so atemberaubend, mein Freund. Wie gesagt, ich werde ja sowieso noch ein Skill Showcase machen am Ende des Let's Plays, wenn wir wirklich alles gerissen haben. Von dem her müssen wir uns hier jetzt nicht irgendwie ärgern oder sonst irgendwas. Hi. Damn you. Weg mir dir. Bam, und hier sind wir schon beim nächsten Miniboss angelangt. Eigentlich ein relativ kurzer Dungeon. Hey. Du Ding. Whatever. Palla. Dio Saga. Whatever. So, wir hauen jetzt erstmal richtig ordentlich drauf her. Lassen uns, wenn es geht, nicht paralysieren. Dammit. Na ja. Hammer, zeig, was du drauf hast. Ja, das war nicht schlecht. Ist aber tatsächlich einer mit der schwächeren, äh, Special Skills. Extra Skills. Mann. Weg mit dir. Und ein weiteres Siegel ward gebrochen. Im Baum des Lebens. Alter, richtig auseinandergekommen, das Ding. Äh, weg mit dem Gift. Und, wir sind angelangt. An Kristall Nummer 3. Ja. Wir kommen relativ gut voran. Der Weg der Insectoide-Era. Nice. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Honigwabe, ne? Wie so ein, wie so ein Beanstock im Endeffekt. Danke. Ja, ich weiß. Hi. Okay, weg mit dir. Wer? Aha. Treasure chest. Dragon Tree Treasure nehme ich mit. Die Viecher sind ganz schön lästig, muss ich sagen. Komm her! Nice, Dana Level 69. Yeah. Sie liebt 69, glaubts mir. Ähm. Was haben wir hier oben? Violet Bookmark. Oh, wir haben ein weiteres Geschenk für irgendjemand. Wait. Hatte ich nicht alle Charaktere gemaxed mittlerweile? Nein, tatsächlich nicht. Der Kalan fehlt mir noch. Und, äh, nochmal jemand. Im Showbill glaub ich noch, aber... Dazu brauche ich ja neue Fischchen, die ich ihm annehmen könnte. Ah, man muss sagen, muss man so. Bist du tot? Thank you. Ah, wir gehen mal... ...hier lang. Das mal mit hier. Äh, lästige Gegner, lästige Gegner. Lästig an sich ist nur, dass sie in der Gegend rumfliegen, diese Fische. Moment, das sind Insekten. Ha, natürlich fliegen sie in der Gegend rum. Okay, das war das. Ähm. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder nach... ... oben. Aha, Kiste. Einmal das. Pumpkin Seeds. Und da haben wir sie, unsere letzten Seeds, die wir bekommen können. Sehr schön. Nice. Geflasht, ey doll. Oh, jetzt wird einfach aufgeklatscht hier. Sehr schön. Und das ist im Endeffekt auch schon das Ende des Gebietes, wir sind. Angekommen. Drei Kisten, wir haben alles erreicht und können jetzt... ... hoffentlich erfolgreich auch den dritten Boss hinter uns bringen. Der dritte Crystal. Der dritte Crystal. Für Boss-Time. ... gegen Psyche-Nestor. Dieser Kampf könnte in der Tat ein bisschen lästig werden. Yeah, was habt ihr erwartet? Ähm. Er kann lästig werden, dieser Kampf, das... ... kann ich definitiv sagen. Weil... ... Psyche-Nestor, wie man sich vielleicht vorstellen kann, ziemlich schnell unterwegs ist. Yeah. Ja, na, ist klar, Alter. Du... ... fachst mich nicht, Alter. Yes, baby. Gerardo, you. Come over here. Ach ja. Stimmt, das... ... konnte er auch noch. Darf ich bitte angreifen? Wenn's geht. Wenn der Gegner in Reichweite ist. Thank you. So. Äh... ... 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 Ich denke tatsächlich, dass wahrscheinlich die gute Laxia für diesen Kampf etwas besser ausgestattet wäre. Laxia ist allgemein besser ausgestattet wie Hummel, aber ihr wisst, was ich meine. Emmett! Du bist so eine Hure, Alter, von einem Bosskampf, Junge. Okay, komm her! Natürlich tust du das. Okay, aber wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Damn you! It's coming! Be careful! Bäm, Alter. Ja, ja. Siehst aus, leveltechnisch. Nur noch Sahad hängt eigentlich rum mit 69. Sehr schön. Yeah! Dann wartet mal ab, bis ihr gegen Sarai antreten müsst. Sarai wird nicht ganz so einfach. Wie man sich vielleicht denken kann. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 To suffer defeat at the hands of such a rudimentary species, my psyche should be ashamed of itself. Yeah, really. I suppose a reintroduction is due. My name is Nestor. At its zenith, my colony numbered over one million, and I ruled over them as queen. Over one million? Through our diversity of form and adaptability, my colony flourished throughout the world. And yet, even our civilization came to accept the Lacrimosa. You humans with your frail bodies and weak minds have no hope of defining it. So, really? Okay. 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 overcJAE4 Okay. Okay. holy BEM 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 Oi! Du Ding! Oi! Können wir das Viech bitte töten? Danke! For yet another boss time! Und dann wir... Ach, was schön! Batman ist da! I am Duskova! Batman! Okay, kein schwerer Kampf! Wie man sich vielleicht denken kann, dass das kein schwerer Kampf sein wird! Und das war's schon! Nice! Dederededid d... Und leider gibt's doch keine Schätze hier in den Dungeon... was Autoscroll also zumindest in diesem Gebiet wir haben ein save point ok da ist der dritte Kristall da hinten ist wahrscheinlich dann dann geht's wahrscheinlich wieder zum Anfang zurück nehme ich an das heißt was haben wir denn hier ok da geht es wieder zum Anfang zurück alles klar das heißt wir können den letzten Diversi Kristallwelt betreten ich glaube jeder kann sich denken wem wir uns dann entgegenstellen müssen der Part der Skye-Erre warte einen Moment, wo ist dieses Ort? der Welt über den Wolken ich habe das nicht erwartet naja es ist ein JRPG natürlich sind wir in abgespaced und abgefreakten Welten ist ja klar wo bist du? Wizard dich passt jetzt runtergefallen oder was? Lapin dass wir den Typen aus dem Leben klatschen und dann können wir nämlich hier nach oben und ein bisschen plattformen oder auch nicht damn you ach Fick dich Junge Alter das alles nur für ein Herbis Remedy das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt aber ok ah die Gegner sind wieder da ne sind sie nicht ok ich wollte sie eigentlich schon ganz gerne klatschen wenn ich ehrlich bin deswegen ich halte mich jetzt einmal auf und es geht weiter ne nicht wirklich ein schweres Gebiet nicht wirklich kompliziert ähm da entlang nehmen wir das noch mit was zu ah ah ha 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 Hölle sei dir was ist deine Mission Dinger Hi Orodi Yano whatever Wer hast du wo wow die Viecher sind noch blöd alle das gute ist wenn sie runterfallen sind sie tot zumindest ein Vorteil yeah Flashguard BAM einmal das mitnehmen zack weg mit dir ah da oben müsste eine Kiste sein nehm ich an yeah ja komm alter leck mich mit einem puren Oricalkum was ziemlich nice ist was bist du was bist du Pilla Jenny 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 fuck you alter fuck you bitch das wird dich aus dem Leben boxen yo natürlich hast du mich noch getroffen ja DRAGONTREE TREASURE DRAGONTREE TREASURE SURE I TAKE IT Moment, Sahad ist aufgelevelt. Wegen was denn? War doch grad gar kein Kampf in den... Ah egal. Es geht weiter. Dammit! Abwehren, wenn ich... ...drücke, alter. Fuck you, bitch. Ich hasse diese Viecher. Okay, zack. Wir sind... ...angekommen am... ...ich nenn's jetzt mal Point of No Return. Und wir haben es mit einem... ...ja, eher... ...schweren Bosskampf zu tun, möchte ich meinen. Wir werden uns jetzt... ...HP Regeneration reinhauen. Wie gesagt, man kann sich denken wer jetzt kommt. Yeah, this is the final crystal. Yeah. Yeah. It's because... ... ... ... ...gleich erfahren wir jetzt ein bisschen was über Sarais... ...Hintergründe... ...beziehungsweise etwas über ihre Geschichte. Ja, dieser Boss ist... ... ...zumindest gut ausgestattet, was die Oberweite angeht. Und Psyche Yura. Wir sollten alles geben, was... ...äh... ...was wir haben. ...wenn dieser Boss ist... ...kein joke, Alter. ... 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 gar nicht. Gut. Wenn wir diesen Kampf auf Nightmare... Auf Nightmare ist dieser Kampf die Hölle. Wahrscheinlich habe ich deswegen so schlärkte Erinnerungen daran. Ne, man kann Dana aufhalten. Zum Glück. Nice, wir haben dem Baum zur vollen Blüte verholfen, wie es aussieht. Ja, der Baum von Psyches hat genug grown. Ich kann eine große Waffe von Psyches kommen aus dem Valle des Königs. Ja! Wir haben es geschafft, Adol. Wir haben es geschafft, dass du alle die Psyches verletzt hast. Sarai! Bitte, stop. Ich habe kein Recht zu sein, mit deinem Namen zu beantworten. Huh? Was bedeutet das? Wie gesagt habe ich vorhin, mein Name ist Ura. Meine Spezies auf die Erde aus den Blüten. Sie haben die Macht der Mimikrie. Mimikrie? Das ist die Möglichkeit, zu beantworten, zu einem anderen Kreaturen zu verletzen. Mit unseren Waffe von Mimikrie, wir haben uns über die Lande gewählt, aber wir haben die Lachronosa gegründet. Und ich bin ein Wärter. Als die Wärternein-Wärter begann, bin ich wieder auf die Erde, damit ich einen neuen Wärter von Evolution zwischen den Wärternein-Wärter. So war das also. Dann, wie bist du die Prinzessin von Eternia geworden? Um die Person zu finden, mit dem die Leid am Schmerz zu verletzen. Ich dachte, es wäre besser, mich in die Räufe zu setzen. So bin ich in das Paläste, wo ich gelernt habe, dass die junge Prinzessin zerstört war. Dann... Ja. Nachdem die Prinzessin Serae zurückgebracht hat, zu ihrer Krankheit, ich benutze meine Mimikrie um ihre Platz zu verletzieren. Ich habe ihre Persönlichkeit und seine Persönlichkeit und seine Persönlichkeit und wurde sie Teil meiner eigenen. Dann, ein paar Jahre später, in der Tempel des Greattree, ich habe dich, Donna. Dann, der Serae, die ich immer kennenzulernen war, war... Donna... A... A fucking Alien! Don't make this more personal than it is. This was all for the Great Lacrimosa. I did what I deemed necessary to protect this world. This story again? Even if that's true, think about Donna. Her best friend was an impostor. Poor Donna. An impostor? Not necessarily. No. What I did was unforgivable. If you know that, then... What's happening to me? Something's wrong. This won't forgive what I've done, but... My control over my mimicry is becoming unstable. The way you spoke just now... It's been a while, Donna. S... Sarai? Huh? What's going on? Don't ask me, squirt. I'm Sarai's personality. As reconstructed through Ura's mimicry. To be clear, I'm still not the real Sarai. But I'm the Sarai that you've known ever since we were young. How is this possible? Ura is a kind and virtuous person by nature. She must be suffering from carrying out her duty as a warden. The fact that you released her psyche is no doubt affecting her too. How is this possible? I'm sorry to put you through such pain. I'm so sorry I couldn't stay with you until the end. And... And... I'm sorry about all of you. No. Dona. I want to stay and talk to you. More than anything. But we have to go. Yes. You're running out of time. Adol. Let's return to Saren Garden. Adol. Please come back to Octus once you receive the power. If you intend to stop the Lacrimosa, I'll explain what you need to do. You will? That's a big help. Yes. But for now, you must hurry to Saren Garden. Okay, um... Yeah, what should I say? We have Octus Overlook to 100% mapped. That's pretty cool. That's pretty cool. That's pretty cool. We can... First of all, we can probably go back to the point. Yeah. It's a pretty nice sequence actually. I think we're going to start with the next part. And then... ...tatsächlich anfangen... ... 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 Waffentechnisch kann ich echt nichts mehr machen, wir sind komplett aufgestuft. Adol hat das Hyperion Blade, 254 plus zu 15 ist sehr gut, 284, Entschuldigung. Laxia mit dem Mercurys Blade, 270 zu 5 ist auch nicht schlecht. Die Leviathan X, 310, ist mit Abstand die stärkste Waffe ever. So, Sandly Force mit 290, auch nicht schlecht, Heaven's Thunder 266 und Corona Iliade mit 277 zu 5 ist ziemlich ausgeglichen. Also wir sind eigentlich relativ gut dabei. So, wir geben jetzt den guten Rager mal kurz die PubKids Seats. Denn damit haben wir alles nur Erdenkliche, was wir anbauen können in unserem kleinen Dörfchen. Nicht, dass es jetzt noch irgendeinen großen Unterschied machen würde, aber... Yeah, sure we did. Ansonsten habe ich, glaube ich, echt nichts mehr zu tun, Show Bill. Ich glaube, ich habe keinen Fisch für dich, nope. Das werde ich offscreen irgendwann erledigen, mal. Ansonsten hätte ich noch Sir Carlin, den ich maxen müsste. Was allerdings im Moment wahrscheinlich noch nicht geht, nehme ich an. Du gibst mir jetzt mal zwei Full Potions, würde ich sagen. Ansonsten kriege ich was? Nope, wir kriegen erst wieder bei 100% irgendwas. Okay, ich verstehe. Dana, was geht? Dina, Entschuldigung. Ich denke, ich werde... ...drei Big Pearls mir tauschen, damit ich eine Aura Plant mir holen kann. Eventuell kann ich noch ein bisschen Aura Gras machen. Ja, kann ich. Das heißt, wir hätten vier. Wir können wieder ein bisschen was herstellen. Strength, Defense oder Life Elixir. Ich werde das Life Elixir nehmen. Und dann werde ich mir... ...HP dazu cheaten. Oh, 5200 HP, Alter. Wow. Ähm, ich werde dem guten... ...der guten Lachse ein bisschen HP geben, weil... ...wir haben... ...ich möchte einigermaßen gleichmäßig verteilt sein, tatsächlich. Nicht, dass ich mich auf irgendwas noch großartig vorbereiten müsste in diesem Spiel, aber... ...es würde helfen. Ja, und so... ...könnte man langsam... ...langsam aber sicher, sage ich mal, auf Max-HP kommen. Was nicht unbedingt meine Intention ist. So. Wir sehen uns ab dem nächsten Part wieder, wenn wir quasi im Valley of Kings... ...uns mal den... ...neu... ...verschaffenen Baum des Lebens anschauen. Und ich bedanke mich bis dahin zum... ...Fürst dabei sein. Meine Fresse. Deutsch, schwere Sprache. Und wir sehen uns ab dem nächsten Part, wenn es heißt... ...Let's Finale by Ease. Lacrimosa of Dana. Ciao. Mir rückg dash dich auf nochmal den K involvement. Das ist eine Rolle, wir haben viele Autor再见. Musik 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 Musik